Moin, auch mich hat's getroffen. Danke Jan, wer solche Freunde hat, ne, kennt man ja. Rache kommt. Ähm, ja, ich werde mir dann gleich mal von meinen lieben Kindern das Wasser über den Kopf kippen lassen. Die haben da bestimmt Spaß bei, ich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich nominiere meinerseits Steffi Averbeck, Antonia Dödmann und meinen lieben Schwager Ralf, denn du hast ja schon Erfahrung mit kaltem Wasser, ein paar Eiswürfel mehr, machen dir da auch nichts mehr aus. So, wollen wir auch? Ja. Okay. Der Reis ist leer. Anpass. Los, komm mit dem Eimer. So Jan, den Gefallen zu bippern, tue ich den nicht. Rita. Oh, was ist mit Carina?